moin 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 leute herzlich willkommen wieder bei borderland 2 und wir spielen weiter und ja ja wir müssen zu holen ich bin level 13 nur eine was ist was ist nein ich mich Möcke Och ne, ich hab sauvviel Geld verloren Oh komm Volltreffer Oh ich hasse es Komm wir steigen ein und dann Vielleicht kennen wir die Oh komm Alter dieser Amps ist schon langweilig Wuhuuu nice So OP ist er auch nicht Oh sie Ah ist nur sie Auf jeden Fall Ah Ich hasse es Ich liebe es Die zu killen Und so eine große Ab-Entfernung So 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 Die zu killen sollen Als ich die Schaustern trage Sorry wie bitte Du musst lauter sprechen Ellie He 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 Das war super Mh Oh Hi, hab sie gar nicht gesehen Okay Okay was sagt Ellie sonst Ich bin Ellie Mein Bruders Guter sagte schon dass du kommst Ich krieg hier nicht oft Besuch Schon gar nicht so hübschen Danke Danke Roland aus dem Damm retten Was Du wirst die Blatschatz garantiert täuschen Wenn du mit so einem Spezialtrakt von denen aufkreuz Ich hab da drüben einen den ich Mit so einem Fahrer verschrottet hab Mein Fehler Naja ich hab ein ganz normales Gefährt in der Werkstatt Und die meisten Teile die wir brauchen Das müssen wir nur mit ein bisschen mehr Banditendeko aufmonten Zarten bluen Schädel und so Du könntest dir so ein Zeug wahrscheinlich von den Banditenpatrouillen hier besorgen Okay Danke für die Info Aber hier haben wir noch eine Mission Okay Okay Psycho Vollniball Wtf Was sollte das heißen Das haben wir noch ein bisschen angeschaut Jeeee Ah Juuu Was haben wir noch denn Äh Jo Oh Errichtigung geil Ja Ja Also haben wir schon Pech Okay Also das kann wir ja überfallen jetzt gerade Weil da gibt es eine sehr viele Waffen Ja Du musst ein paar Banditengraben hochjagen Und dir den Banditenziehrad von dem Rad holen Und ärgere dich nicht wenn sie fluchen Hätte Macht dann nur noch mehr Spaß sie umzulegen Ja Ja das glaube ich sie auch Elli Kommst gut klar mit meiner Schwester was Cool Solltest du dich allerdings über ihr aussehen lustig machen Dann binde ich dich an den Automaten und fackel dich ab Aber cool cool dass ihr euch versteht Echt cool Tschüss 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 Oh So das haben wir schon Alter Was sind wir für Arschen Alter 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 Hat der Knall Okay bei dir nicht aber Aber Geld ist Geld finde ich Wie seht ihr Alter aus? Oh 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 So, nächster, wer wird getötetet. Okay, wenn ich finde ein Auto, dann ja. Hm, aber ich sehe bis jetzt kein einziger. Ja. Ja, ja, wer wird schön im Zelt sitzen, glaube ich. Sehen wir hier noch Banditen? Ne, da habe ich weniger. Na komm, wo seid ihr? Ein Auto braucht mich noch. Oh, das war nice Action. Ich bin nicht verarscht. Ich bin nicht verarscht. Ich bin nicht verarscht. Der mäßige Feuerdienstpunkt. Ah scheiße! What the fuck? Listen Cam, you are really a cowboy! Now grab your vollebelle and a bit of a trap! Scheiße, so knapp! Where am I at? Where am I at? I think I'm going to get out of here. Eh? Where am I now? Oh shit! Oh shit! I'm here up! Oh, here! Go, go, go! Oh shit! Fuck! There's still one! There's no one else! Oh shit! Oh, it's DJ dude! There's still one! Yeah, we better go! Ugh, Zykel! I'm going to kill you! And then I'm going to kill you! I'm going to kill you! Yeah, that's not enough! Oh, so one out! The next one out! Vielen Dank.